Und Hallöchen mit Ö. Hallo Freunde, der NRW bei 18 hier. Wir schauen uns an, was auf dem Foto zu sehen ist. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Essen ist in Arbeit. Ich hab's nicht so gut wie der Calvin, der einfach bei seiner Mama bestellen kann. Ich muss es mir selber machen. Das Essen! So, dann schauen wir mal. Moment. Ah, da ist es. Ja. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Ja, äh, hä? Und jetzt? Das ist alles? Okay, dann geben wir mal die ID, wenn sie die da schon gefunden hat. Benutzen. Ähm, ich bin fertig. Die Kamera behalten wir mal. So, und da sie da jetzt die ID gesehen hat, hoffe ich mal, ja genau. Ich will das Artefakt mit der Nummer 34 76 89 70 99 87. Das Behältnis mit der ID 34 76 89 70 99 87 ist leer. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Hä? Okay. Box. Einsteigen, genau! Hahaha. Zang! Tatsächlich, ich passe hinein. Hahaha. So, einsteigen. Ja, komm. Tatsächlich, ich passe hinein. Ach, nee. Nein, warte, 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 warte. Frag ihn mal hier. Äh, kannst du Quickie sagen... Ja, genau. Kannst du Quickie bitte sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Das fänden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte. Tu mir diesen gefallen. Bitte, bitte. Ich störe dich danach auch nie wieder. Meine Freunde sagen, ich darf keine Menschen in der Box wegschicken. Ich darf keine Ausnahmen machen. Geht nicht. Nein. Bitte, bitte. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Das würdest du tun? Wir haben oft Hunger. Klar. Versprochen ist versprochen. Okay. Sag Bescheid. In zehn Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay. Danke. Du bist mir eine große Hilfe. Wieso zehn Minuten? Wieso zehn Minuten? Ja, jetzt. Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Quickie, schick sie weg. Weg damit. Uiuiuiuiui. Bies, leg ich vom Monitor weg. So, da sind wir. Da sind die Kassetten. Na, endlich. Sie klemmt. Ach, Schraubenzieher. Das war die Katze. Nehmen. Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. So, und wie komme ich jetzt hier wieder weg? Nee. Kaputte Box? Nee, willst du nicht? Äh. Da drunter, die. Wegen dieser Box konnten die Videokassetten nicht hochgefahren werden. Na. Einsteigen. Wie komme ich jetzt da wieder weg? Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. Zehn Minuten, eine halbe Stunde, nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Toll. Was war das? Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben... verloren. Echos von den anderen. Und Ben Svensson ist unser Red. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, n. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Och. Ich brauche Bruchstücke meines Zeitinterferses abgefangen. Sagt mir der Name Ben Svensson etwas? Svensson? Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Boah. Ich habe das Tape. Ich habe sogar zwei Tapes. Eines von der Katastrophe. Und was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her. Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort. Ich bin sofort da. Over and out. Over and out. Na endlich. Er sagte ja, dass... Also sie sagte... Oder er bat ihn ja eben, uns wegzuschicken und irgendwie nicht uns wiederzuholen, aber okay. Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das zweite. So. Und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff. Die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo... Wo... Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Du hast ihn... Hier. Das Konferenzvideo kannst du behalten. Bitte? Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es... Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Hey, der hat doch wohl jetzt nicht hier... Den einen Typ ja... Ne. Äh... Was, wenn du mir gelingt, sich zu überzeugen, kannst du nicht... Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Zur Konferenz wären wir eine Woche früher da. Und wir hätten mehr Zeit, den Grund für die Katastrophe zu finden. Hm. Guter Punkt. Und weiter? Boah. Wenn es uns nicht gelingt, das Kraftwerk direkt vor Ort zu retten, dann ist die Mission gescheitert. Wir erhöhen unsere Chancen, wenn wir im Vorfeld alles versuchen, das Unglück auf anderem Wege aufzuhalten. Macht Sinn. Was noch? Ja, ist ja... Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Das wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Also gut. Ich lass dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ja. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Bitte? Warte! Was ist... Da sie jetzt hier sind, nehme ich an, sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe ihre sabotiert. Was ist das denn für ein Drecksack, ey? Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen. Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Äh... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Ähm... Laser. Ansehen. Ist dir eigentlich klar, was du da tust? Delvin! Nein. Kraftwerksvideo. Nehmen. Hey, lass die Kassette bitte liegen. Aber... Befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Moment, was ist, wenn wir das austauschen? Hehehehehehe. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. Hahaha. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitgriff wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin. Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher. Am 21. März. Nein, halt! Am 20. Und das Jahr. Das Jahr! Mein Gott! Was hatte Salvador gesagt? Ups. Ich hoffe, das war richtig. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Banis Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden sie. Hast... Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass sie Gottverdammt nochmal verschwinden. Drücken ist nicht, Alter. Höh! Calvin! Oder? Nee. Der Freund von... Hä? Wo kommt der denn her? Äh, Kapitel 3. Rude Awakening... Äh... Schlimmes, schlimmes Erwachen. Hartes Erwachen. Irgendwie sowas. So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher. Hahaha. Was sind das nur für Leute? So eine Art Öko-Terroristen? Und wo bin ich hier? Hm. Errungenschaft. Ist ja ein Ding. Ja, ähm... Wer war das da gerade eben? Eine gute Frage. Ich hab zuerst gedacht, das wär Dalvin. Also, Calvin. Aber der ist ja in der Zeit zurück, äh, da geblieben. Salvador sind wir mit ihm... Also, ich versteh jetzt hier so ziemlich gar nichts. Aber das macht auch nichts. Ich hätte jetzt die schönste Lust, hier weiterzuspielen. Aber irgendwann muss mal Schluss sein. Und, ähm... Ja, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich weiß nicht wann. Gleich wird's weitergehen mit Sans Road 2. Also, freut euch da auch schon mal drauf. Und, äh, ja. Wir sind endlich aus dieser Nacherzählung raus. Sind jetzt hier live sozusagen im Spiel. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Dem Hubschrauber. Bis dahin. NRW bei 18. Adieu. Und, äh, ja.